Was willst du denn wissen? Hallo Flo, kannst du mir etwas erzählen über Open Artist? Na ja, habe ich schon oft gemacht heute. Tut mir leid. Für die Menschheit jetzt auf YouTube. Na ja, wenn man kreativ am Computer sein will, dann verwende Open Artist. Das ist so die kurze Message. Die lange ist halt, dass wenn man sich keine Arbeit antun will und einfach mal viele Programme ausprobieren will, weil es sehr viele Programme gibt, die interessant sind, dann kann man es einfach mal runterladen und ausprobieren, weil es einfach sehr viele Software schon drinnen hat. Das ist lauter Software, die du gut findest und auch selber benutzen würdest. Ja, teils, teils. Manche Sachen kann ich nicht benutzen, weil ich habe zum Beispiel auch Tools dabei für Creative Coding, also kreatives Programmieren. Da bin ich halt nicht der Vollspezialist zur Zeit. Okay. Ja, natürlich. Also man entwickelt dann über die Zeit schon ein Gespür, welche Sachen wirklich was Besonderes sind. Und die sind natürlich auch dann drinnen. Ja. Und sonst kann man im Prinzip alles sich mal anschauen von dem, was drinnen ist. von 2D-Applikationen über 3D-Applikationen, ein bisschen zu Audio, Video, V-Chain. Dann gibt es auch eine eigene Kategorie, die nennt sich Hardware-Interfacing. Ja. Die ist halt dann auch wieder eher was für Leute, die dann ein Arduino-Teil zum Beispiel programmieren wollen, die einen Touch-Table bauen wollen. Also solche Sachen da sind auch mit drinnen halt, ja. Und das Ganze ist Ubuntu-basiert. Ist das eigentlich eine spezielle Ubuntu-Version, die du machst und verteilst? Ja. Es ist basiert auf Ubuntu und es ist ein bisschen verändert. Also ich habe mein eigenes Menü basteln müssen, weil die Anwendungen einfach viel zu viel geworden sind und das normale Menü, so wie man es gewohnt ist, einfach aus den Nähten geplatzt ist. Also habe ich dann eigene Kategorien gemacht. Kannst du die Herzen vielleicht auf dem? Ja, natürlich. Achso. Ja. Na, das ist immer schlecht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Warte mal. Das Einzige, was interessant ist, ist, dass es eben zu vielen verschiedenen Kategorien ziemlich viele Unterkategorien gibt und dass man dann, wenn man auf ein Programm drauf hat, auch eine Information kriegt, was das Ding jetzt tut. Und das ist die Mainpage oder wo hast du diese Information her? Naja, teilweise selber geschrieben, teilweise von der Homepage kopiert, teilweise aus der Mainpage. Also ich kann mit der Maus über einen Menüpunkt fahren und kriege eine Idee, was das eigentlich tut. Genau. Sonst würde es ja einen erschlagen, wenn so viele Menüpunkte hier sind. Okay. Und man müsste halt dann ganz genau wissen, was was ist. Aber das, wenn jetzt zum Beispiel wir ein Foto-Managementprogramm wie Tigica anschauen und da steht dann nur drin, ja, du kannst damit Fotos verwalten, dann kann man sich, weil weiß man zwar, was es tut, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen, wie umfangreich das Paket ist. Und mit der Info kann man sich eigentlich nicht bequem durch das Dateisystem, durch das Menüsystem handeln und hat halt dann gleich einmal Gewissheit, was man jetzt ausprobieren möchte. Und wie bist du auf die Idee gekommen oder was war deine Motivation, das zu tun und was ist die Zielgruppe eigentlich? Also für wen ist es gedacht? Es gab es eigentlich nicht. Und ich habe mich geärgert, dass es so viel coole Software gibt, aber keiner ist irgendwie... Auf eine Distropakt. Auf eine Distropakt und dass es irgendwie einen Fokuspunkt gibt, wo man dann auch wirklich alle Sachen in einem Platz hat halt. Also du musst die immer selber installieren oder die eigene Repositoris installieren, sozusagen, wenn du an coole Software herankommen willst? Ja, das ist das eine, aber es gibt auch viele coole Software, die ist in gar keinem Repositoring. Das heißt, die musst du vom Source selber kompilieren oder sonst irgendwo herkommeln? Das, aber man muss sie via Script halt reinhängen, weil es gibt ja auch Sachen, die kriegt man gar nicht vom Source. Okay. Zum Beispiel gibt es für 3D das Animationspaket Houdini, das kostet, wenn man es sich kauft, 8000 Dollar in der teuersten Version, aber sie mag eben auch eine, die ist gratis. Aber hat natürlich ein Wasserzeichen dann und so weiter. Aber warum nicht, dass dann zumindest via Script reinhängen, damit man es auch benutzen kann. Und bei Open Artist kann ich das per Knopfdruck installieren, sozusagen? Genau. Oder ist schon drinnen? Ja, also drinnen ist es nicht. Aber ich kann den Menüpunkt aufrufen und es erholt sich selber vom Netz? Genau. Das ist auch die Grundidee. Und einfach auch aus Platzgründen sind auch manche Programme nicht direkt installiert. Die haben aber trotzdem einen Menüpunkt. Und wenn man draufklickt, dann wird es installiert. Also On Demand Installation. Genau, ja. Ja, die jetzige Version, die ist ein bisschen älter, unter Anführungszeichen, von der Softwarebasis. Aber ich bastel jetzt gerade an einer neuen Version, die ist... Passiert auf Ubuntu 12 hier dann? Genau, ja. Okay. Und kannst du sagen, die offizielle URL, wo ich die downloaden kann, ist das dann openartist.org? Oder... Ja, das... Man muss jetzt zur Zeit noch HQ dranhängen, aber ich habe mir jetzt schon die andere Domain drauf gesichert. Okay, aber wenn ich nach Open Artist google... Dann ist es der erste Treffer, ja. Jo... Kannst du erzählen, was war bisher das schönste Erlebnis, seit du an Open Artist arbeitest? Ähm... Tja... Ja... Kein schöner, der Lämpische... Na, na doch, doch. Also ganz nett sind einmal auf jeden Fall die netten Kommentare in meinem Forum. Ja? Und ähm... Ja... Es gibt auch schon ein paar Leute, die mir etwas gespendet haben. Echt? Mhm. Also obwohl du keinen Flutter-Button jetzt hast oder... Na, Flutter habe ich nicht. Ich habe Paypal... Also wir haben über Paypal gespendet? Genau. Okay, ja, super. Ja, das ist... Wollt man sich dann? Ja, sicher, ne? Ja... Die harte Ahnung. Und... Ich meine, du machst das ja nicht kommerziell, du... Nein, nein. Du sortierst nicht mehr oder hast einen Beruf? Genau, ja, ja. Und äh... Ja, wie gesagt, äh... Das ist mal auf jeden Fall ganz nett gewesen. Und sonst halt auch eh... So Tage wie hier auf dem Linux-Treffen... Auf der Messe, ja. Oder... Vor zwei Jahren war ich auch in Linux-Wochen Linz. Okay. Das war auch sehr interessant halt. Da habe ich auch einen Vortrag gemacht und so. Und hast du schon Mitstreiter gefunden, die dir jetzt helfen, das weiterzuentwickeln? Oder bist du noch im Wesentlichen alleine? Nein, bis jetzt nicht. Also... Wahrscheinlich... Ähm... Bin ich da auch ein bisschen selber schuld, weil ich jetzt nicht so offensiv Werbung gemacht habe. Aber... Aber worüber würdest du dich freuen? Über Grafiker, die dir irgendwelche Icons basteln? Oder über Programmierer, die dir helfen, dein System weiterzumachen? Oder was... Naja... Oder... Sehr wichtig sind natürlich Buckelkorts. Okay, ja. Weil... Also einfach Tester einmal, die sagen, was nicht funktioniert. Genau. Das ist einmal das Hauptdringlichste. Und sonst, wenn jemand voll in der Begeisterungswelle drinnen ist und helfen möchte, dann müssen wir uns mal zusammenreden. Es ist auf jeden Fall mehr als genug zu tun. Aber es ist nicht so, dass es jetzt immer nur ein Ding ist, was zu tun ist. Okay. Ein Icon Design ist eine Sache. Und etwas anderes wieder zu machen... Ähm... Also... Ja, wie gesagt, da muss man dann schon ein bisschen... Schauen, was man genau tun will. Naja, man muss schon ein bisschen interdisziplinärer sein halt. Das wäre halt schön. Aber natürlich freue ich mich über jeden, der irgendwas beitragen möchte. Aber bis jetzt bist du noch ganz allein sozusagen. Ja, bis jetzt... Und verstehe ich das richtig? Hast du kommerzielle Absichten hinter dem Projekt? Oder ist das einfach ein... Wie soll ich sagen... Ein Hobbyprojekt von dir? Oder hast du mal vor, die Marke Open Artist dann teuer zu verkaufen? Es wäre halt schön, wenn ich so eine Userbase zusammen bekomme, dass ich auch ein bisschen Kohle damit bedienen könnte. Also genug spenden, weil einfach genug genutzt wird. Das wäre natürlich klasse, ne? Beziehungsweise... Ich möchte dich dann auch Schulungen halt anbieten mit der Software, die oben ist. Und... Also, dass du deine eigene Distro machst und dir einen Umgang damit dann schulst und für die Schulungen Geld bekommst? Beziehungsweise mit den Programmen, die halt oben sind, über die... mit den Programmen halt eine Schulung machen. Okay, ja. Also, so irgendwas in die Richtung. Ja, na, einfach mal ausprobieren, es ist eine nette Geschichte. Ich glaube, sowas gibt es an sich jetzt so nicht nochmal. Und wenn ich es richtig verstehe, die Distro zielt jetzt im Wesentlichen auf Kreative, die spezielle Sachen machen wollen. Also, sowohl Grafik als auch Videoschnitt, als auch ein bisschen Programmierung. Also, die mehr wollen als das, was in der normalen Ubuntu-Version oder einer anderen jetzt drauf ist. Dass sie mal sehen wollen, was es gibt und was es schon fix und fertig eigentlich... Ich sehe es einfach mal als Werkzeug. Wo man dann die ganze Palette von dem, was unter Linux einfach möglich ist, einmal auf einen Blick erfassen kann. Okay. Super, danke Flo. Bitte.